So, hey ho zusammen, willkommen zurück und ich versuche immer noch dieses Ding hier irgendwie kaputt zu kriegen. Das sieht doch von der Resonanz her schon mal ganz gut aus. Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich da bin. Du meinst, ich soll jetzt einfach wieder so ein bisschen... Jetzt. So, ich glaube, ich muss das einfach noch einmal machen. Jetzt habe ich es gecheckt, okay. Das sieht gut aus. Okay, und jetzt noch einmal hier drehen. Bam! Ah, Gott! Okay, jetzt muss ich nur noch irgendwie an dieses Ding rankommen. Aha! Da schau mal einer, guck! Das Heilmittel! Nimm mir ihr Blut! Ah! Au! Oh, Gott! Ah! Ah! Mein armer Kopf! Okay! Fokuspunkt! Anwesen! Oh, Gott! Uh! Verdammte Scheiße! Über das Wasser vielleicht? Wäre das möglich? Das wäre super, wenn das möglich wäre. Ah! Kleinen Moment. Fokuspunkt verteilen. Äh, F1. Dokumente? Hä? Habe ich noch ein Dokument eingesammelt? Ach ja, Reparaturbericht. Der Generator seiner Lordschaft ist wirklich mächtig seltsam. Ohne Zweifel. Wir haben die Klappen gesäubert und die Basis vernietet, wie gefordert. Ist nun alles dichter als diese Rohre am anderen Flussufer. Wir haben noch ein paar Sachen darunter liegen lassen. Die holen wir aber später nach der Hausversammlung noch runter. Okay. Vielleicht habe ich da dann auch noch was zu... Gibt es da noch was zu... Ach so. Äh. Hä? Kann ich hier runter? Wahrscheinlich nicht. Ich versuche es einfach mal. Manny Schiefgehen kann es nicht. Ne, er will gar nicht. Hat sich hier erledigt. Ja gut. Kann ich mir vorstellen. Ich würde auch nicht in die Krühe da runter springen wollen. Ah! Was ist das? Der Meister Dieb? Komm ich ungelegen? Wie ungeschickt. Verzeih mir. Seit unserem ersten Treffen bin ich etwas ungelenk auf diesem Fuß. Oh, scheiße. Früher tauchte man Hände von Dieben in heißen Teer. Garret. Aber deine stelle ich mir auf den Kamin. Was sag ich doch über den Kanal? Boah, dieser Arsch. Holy shit. Okay. Das ist mal wieder... Weißt du, so... Kurz bevor ich einen Part... Oder kurz nachdem ich einen neuen Part anfange, ist das Level auch schon wieder zu Ende. Das ist jetzt schon das zweite Mal, das ist so... ach man... Ja. Wow. Die Rohre münden unter der Brücke in den Fluss. Verlasse die Kanalisation. Also ist es doch noch nicht ganz vorbei. Das ist gut zu wissen. Ich habe nur keine Ahnung, was mir hier noch auflauern wird. Na ja, hoffentlich nichts außer ein paar Ratten. Ähm... Ja, ich weiß, das sind meine eigenen Schritte, vor denen ich mich jetzt wieder fürchte. Ich glaube kaum, dass hier noch irgendwas wertvolles rumliegt. Hier? Da komme ich aber nicht durch. Ne, so wie es aussieht nicht. Kann ich hier hoch? Nein, auch nicht. Äh... Hier komme ich durch. Aber auch nicht sehr weit. Scheiße. Naja, hätte ja klappen können. Äh... Lalalalalala. Okay, ich glaube ich muss doch hier... Ich muss doch hier längs. Blaue Rohre. Sehr gut. Hier kann ich her. Patsch, patsch, patsch. Ne, hier gibt es nichts zu holen. Das ist eine fucking Kanalisation. Natürlich ist hier nichts zu holen, Mann. Was erwarte ich eigentlich? Ratten! Hui! Okay. Oh, Feuer. Die Götzen haben Spuren hinterlassen. Wird nicht leicht, über die Brücke zu kommen. B... B... Brücke? Du willst über die... Ja gut, anders... Du willst wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Scheiße! Okay, das Level ist doch noch nicht vorbei. Ich muss irgendwie über die Brücke kommen. Ist das dein Ernst? Wie soll das gehen? Ich muss da irgendwie rüber. Ja. Das sieht... sehr so aus. Ah! Bingo! Ich verstehe. Okay. Jetzt muss ich nur den richtigen Moment abpassen. Sehr schön. Einmal genau umgeguckt und schon hat man's. Ich hoffe, dass hier unten jetzt niemand herumschlawinert. Oh! Sehr schön. Gib mir das. Kann ich sehr gut gebrauchen. Weil meine Gesundheit hat in diesem Level echt... ziemlich gelitten. Und wird es wahrscheinlich weiterhin. Scheiße! Wenn das so weitergeht. Okay, hier muss ich jetzt... Ah lalalala! Die Brücke stürzt ein! Ah! Ah! Meine Güte! Scheiße, Mann! Okay! Ich muss mich ziemlich beeilen. Glaube ich. Fürchte ich. Wahrscheinlich. So langsam aber sicher stürzt die Brücke nämlich ein. Ob die Götzen wirklich wissen, was Orion vorhat und was er... macht? Heike Scheiße! Das ist nicht so schön. Okay, wie komm ich jetzt hier... Wie geht's jetzt hier weiter? Muss ich wirklich schon hier... Nee, es geht doch noch höher, ne? Nee, irgendwie geht's nicht höher. Würdest du dich bitte rumdrehen, Garrett? Hallo? Rumdrehen? Rumdrehen? Offensichtlich will er sich nicht rumdrehen. Ich dachte nur, es könnte vielleicht da auf die andere Seite hüpfen. Offensichtlich aber nicht. Ah, hier! Ah, bingo! Wow! Uff! Mann, ist das heiß! Uh! Was? Ich bin durch die... Aaaaah! Aua, aua, aua! Heiß, heiß, heiß! Heiß! Schloss knacken! Es ist heiß, es brennt, es ist... Aua! 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 Heiß, heiß, heiß! Schloss knacken! Bist du wahnsinnig? Das kannst du doch jetzt nicht tun! Es ist heiß, es brennt, es ist... Aua! 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 Scheiße! Aua! 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 Huff! Versuche, Luftzuholen. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Da geht's weiter! Scheiße, scheiße! Mann, wüsste ich denn, dass die Kacke sich so schnell ausbreitet hier? Oh, 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 oh! Hier. Da geht's weiter! Aaaaah! Aua! Mein Mitleid, mein Freund! Mein Mitleid! Beileid! Was auf einmal! Oh, scheiße! Ah, heilig! Mist, 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 Mist! Gib mir das! Oh Gott, meine Gesundheit! Oh Gott! Los, hoch da, hoch da! Ich weiß! Geh da rüber! Geh schon da rüber! Geh doch! Spring! Spring schon! Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr! Feuer! Überall Feuer! Scheiße! Scheiße! Ich sterbe! Ich sterbe! Oh Gott! Kriegt man selber einen Kratzen im Hals, wenn man das echt... Boah, ist ja Wahnsinn! Ich muss aufpassen! Das Dach könnte jeden Moment einstürzen! Das da? Ja, das glaube ich auch! Und das wird es wahrscheinlich auch... Oh, 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 oh! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da muss ich hin! Los, rüber da! Nein! Scheiße! Nein! 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 Oh, bitte sag mir, dass ich das nicht alles nochmal machen muss! Bitte! Oh, das wäre so scheiße! Nein! Nein! Ich muss aufpassen! Das Dach könnte jeden Moment einstürzen! Oh, okay! Okay! Sehr schön! Sehr schön! Oh! 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 Ja! Geh demasi ی! Kleinen Moment! Ich probiere es mal mit... Huhup! Warum hab ich den Fokus an gemacht? Keine Ahnung. Egal! Okay! uit und uit 咋 Gehts hier gradeaus? Ernsthaft? Ah, da! Ah, nein! Was? Ernsthaft? Nein, ich kann doch jetzt nicht... Oh Gott. Musste ich hier rein? Ich hab keine Ahnung. Wie komm ich denn jetzt... Oh, ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Ich kann hier doch nicht her! Wo komm ich denn? Wie komm ich denn? Oh, ich werd doch gleich wieder sterben, ey. Kann ich etwa... Ja, ich weiß! Ich merk's doch, danke! Okay, hier ist hier... Au! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Ah, hier! Oh Gott! Frische Luft! Scheiße! Oh mein Gott! Da, 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 da! Ich hab's gefunden! Ich hab's gefunden! Okay, jetzt... Nur keine Panik. Ich hab keine Panik! Schön durchatmen! Schön durchatmen! Alles wird gut! Ah! Ach, scheiße! Immer noch mehr Feuer! Okay, Nahrung. Sehr schön. Lasst mich in Ruhe! Ich hab euch nichts getan! physicallygel anjargt! Nein! Nein! Wow! Wow! Was habt' ich da einen...? Oh. Oh. Scheiße. Hier lang? Doch, hier lang? Ich muss hier lang. Wie soll ich das denn machen? Der ist ja lustig. Komm schon. Ich möchte nicht hier sein, wenn dieser Teil der Brücke einstürzt. Nein, das will ich wirklich nicht sein. Vielleicht sollte ich oben rumgehen. Ja, ich glaube auch. Das wäre sinniger. Scheiße, Mann. Ich habe keine Ahnung, wo die mich hinführen wollen. Ich weiß nicht, worauf es lang geht. Oh, bitte sag mir, dass ich jetzt nicht wieder über dieses Dach muss. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Oh, diesen Weg zu finden, das ist... Ich möchte nicht hier sein, wenn dieser Teil der Brücke einstürzt. Vielleicht sollte ich oben rumgehen. Ja, vielleicht. Oben rum heißt aber tatsächlich, dass ich hier längs muss. Und hier hoch. Und langsam, 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 langsam. Oh. Oh, nein, 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 aua, aua. Aua. Los, weiter. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Irgendwie schaffe ich das. Weiter. Für Vorsicht ist keine Zeit. Ich muss mich beeilen. Ja, beeilen ist gut. Beeilen ist gut. Beeilen ist ja gut. Ich frage mich, woher und wohin? Ich kann hierher? Ja, ich kann hierher. Oh. Oh Gott, was ich einfach für ein unverschämtes Glück habe. Ich muss... Wo muss ich denn? Hier hoch. Okay, ich bin oben. Ah. Ah, ich hätte gar nicht weitergehen laufen. Ich hätte nicht weitergehen dürfen. Ich verstehe. Wenn lange, dass ich das schon kann, dann bin ich... Puh. Verdammt spannende Angelegenheit hier. Mensch. Au, 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 au. Für Vorsicht ist keine Zeit. Ich muss mich beeilen. Oh, ich sehe das schon kommen. Ich kriege so heftige Kopfschmerzen einfach hier nach. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. So. Jetzt aber. Wir müssen warten, bis das Ganze hier vorbei ist, richtig? Nein. Oh Gott. Hä? Ich muss da lang, ich muss da lang, ich muss da lang, ich muss da lang. Nein, 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 ich habe... Oh, ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich weiß es jetzt, ich weiß es. Ich muss mich einfach nur beeilen. Ich bin zu langsam. Mann, 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 spannende Angelegenheit hier. Ich komme darauf echt nicht klar. Ich erscheine nicht jedes Mal. Für Vorsicht ist keine Zeit. Ich muss mich beeilen. Ja, ich war... Ich weiß, das seht ihr jetzt auch schon zum dritten Mal. Genauso wie ich. Oh Gott. Oh. Das war knapp. Jetzt aber ab zum Glockenturm. Vorräte auffüllen. Ich muss über einiges nachdenken. Oh, und ich muss was gegen meinen rummenden Schädel tun. Oh mein Gott. Okay, dass ich dieses Mal kein Phantom sein konnte. Das ist ja mal sowas von klar. In Schärfe 5 fallen. Toll, ich habe es mit 3 geschafft. Das ist ja Wahnsinn. Stiehle alle Beuteobjekte. 33 Prozent. Ja, in meinen 500 irgendwas an Gold gesammelt. Das ist nicht übel. Aber ich habe in meinen 1,5... Ich habe tatsächlich 1,5 Stunden dafür gebraucht. Und nur einen getötet. Hey, das ist doch gar nicht so schlecht. Zweimal entdeckt worden. Viermal Verdacht erregt. Das war aber klar. K.O. Geschlagene Bedrohung. Geknackte Schlösser. Taschendiebstähle. Ja, ja. Ich weiß, mein Handy meldet sich wieder. Okay, fortfahren. Boah, Wahnsinn. Das war ja mal ein Level, ey. Echt geniale Mission, muss ich schon sagen. Ist echt richtig cool. Puh. Ach. Ich muss mal ganz kurz... Wach. Puh. Ey, das ist mir echt so ein bisschen auf den Kopf gegangen gerade, ey. Das ist ja... Wahnsinn. Echt. Okay. Was haben wir hier drin? Wahrscheinlich nichts, was ich vorher nicht da reingetan habe, richtig? Mond dürfte ich auch. Passt. Seilfeil 2 von 15. Ist ja geil. Nehmen wir mal. Nahrung. 1 von 5. 5 von... Ja, komm. Nehmen wir noch 2 mit. Dann passt das. So. Schaukästen aktualisiert. Heißt wahrscheinlich Unikate. Ja, gut. Moment mal. Habe ich dieses Ding jetzt hier tatsächlich irgendwo drin liegen? Dieses... Herz des irgendwas? Etwas in dir ist anders, Kind der Schatten. Die Balance der Urkraft ist weg. Sie hat mit dir gesprochen. Doch du hast nicht zugehört. Du meinst Aaron. Der Unfall erfüllte sie nicht nur mit Urkraft, sondern mit der Stadt selbst. Stirbt sie, solange die Urkraft in ihr ist. Stirbt auch die Stadt. Sie wird vergehen, als hätte sie nie existiert. Der Baron dachte, mit allen Teilen kann er ihr die Urkraft entreißen. Und du hast das fehlende gesehen. Denk nach. Orion. Du musst in die Kathedrale. Sobald du Orion, das fehlende Teil, gestohlen hast, musst du Aaron von der Urkraft befreien. Ohne sie zu töten. Deine Stadt braucht dich, Garret. Ich bin kein Heiland. Diese Stadt... ...und ihre Bewohner machen dich aus, Garret. Um allein zu sein, brauchst du etwas, das du meiden kannst. Hm. Naja, wo sie recht hat, hat sie recht, oder? Allerdings... ...ich bin mir nicht ganz sicher, was sie damit meinen, dass Orion der fehlende Teil ist? Oder dass Orion den fehlenden Teil hat? Ich glaube eher, er hat den fehlenden Teil. Okay gut, ich sage aber jetzt an der Stelle mal wieder Tschüss. Für heute habe ich erst mal genug gezockt. Und den Part an dieser Stelle zu beenden finde ich auch recht passend. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall einen sehr, sehr spannenden Part, auch wenn ich mehrfach dabei draufgegangen bin. Ja, hinterlasst doch gerne eine Bewertung und einen Kommentar. Und vor allem das Abonnieren nicht vergessen. Und schaut unten in die Videobeschreibung, wichtige Links. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr genießt eure Sommerferien. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.